Das folgende Kapitel gibt einen Überblick, wie sich die Kennwerte Dichte und E-Modul für Faserverbundwerkstoffe ermitteln und verändern lassen. Wie bereits in Kapitel 3 Aufbau und Bestandteile von Faserverbundwerkstoffen erläutert, sind die Werkstoffkennwerte von Faserverbundwerkstoffen an isotrop, also von der Richtung abhängig. Dies bedeutet, dass sich je nach Lage der Fasern, Faservolumenanteil und Belastungsrichtung verschiedene Größen der Kennwerte ergeben. Daher ergeben sich für mechanische Kennwerte wie den E-Modul eine Ober- und eine Untergrenze. Die Obergrenze markiert den höheren E-Modul. Dieser tritt bei Belastung in Faserrichtung auf. Entsprechend markiert die Untergrenze den geringsten E-Modul. Dieser tritt bei Belastung quer zur Faserrichtung auf. Zur Berechnung der oberen und unteren Grenze des E-Moduls wird die Vegatsch-Regel verwendet. Zur Verdeutlichung kann man sich hierfür die Matrix und die Faser wie zwei Federn vorstellen, die parallel geschaltet sind. Bei der Parallelschaltung addieren sich die Zugwiderstände der Federn. So addieren sich auch die E-Module der Faser und Matrix. Dies geschieht abhängig davon, wie viel Volumenanteil Faser und Matrix haben. Für die Obergrenze gilt, dass die Dehnung Epsilon aufgrund der Belastung in Faserrichtung in Matrix und Faser gleich groß ist und der gesamten Dehnung entspricht. Die Vegatsch-Regel beschreibt, welchen Einfluss der Volumenanteil eines Bestandteils auf den E-Modul des gesamten Faserverbundwerkstoffes hat. Der Zusammenhang zwischen dem E-Modul und dem Volumenanteil von Faser und Matrix ist linear. Die Vegatsch-Regel ist somit gleichzeitig eine Mischungsregel. Wenn die Summe aus Faser und Matrix gleich 1 ist, dann besagt die Mischungsregel für die Obergrenze des E-Moduls EU folgendes. EU ist gleich F mal E der Faser plus in Klammern 1-F mal E der Matrix, wobei hier F gleich dem Faseranteil ist und folglich 1-F der Matrixanteil sein muss. Für die Untergrenze sind nicht die Dehnungen Epsilon, sondern die Spannungen Sigma in Faser und Matrix gleich. Da Faser und Matrix unterschiedliche Festigkeiten haben, ergeben sich unterschiedliche Dehnungen. Die gesamte Dehnung ist dann die Summe der Einzeldehnung von Faser und Matrix. Dies kann man sich vorstellen wie zwei in Reihe geschaltete Federn. Die Federmatrix und die Federfaser, die jeweils unterschiedliche Steifigkeiten haben, ergeben die Gesamtdehnung. Daraus kann folgende Formel für die Untergrenze des E-Moduls EL quer zur Faser hergeleitet werden. Diese lautet wie folgt. EL ist gleich der Quotient aus E-Modul der Matrix mal E-Modul der Faser und Volumenanteil der Faser mal E-Modul der Matrix plus 1-Volumenanteil der Faser mal E-Modul der Faser. Aus der Größe E-Modul lässt sich die Steifigkeit eines Werkstoffes ableiten. Die Festigkeit ist ebenso von der Ausrichtung der Faser abhängig. Sie ist in Faserrichtung am höchsten, quer zur Faserrichtung am geringsten. Man erkennt, dass der Gesamt-E-Modul nur von den E-Modulen der Bestandteile und deren Volumenanteilen abhängt. Variiert man also die Volumenanteile, lässt sich damit der E-Modul ändern und so die Eigenschaften des Faserverbundwerkstoffes anpassen. In diesem Diagramm wird der E-Modul über der Dichte aufgetragen. Man sieht, dass sich je nachdem, in welche Richtung zum Faserverlauf der Verbund belastet wird, eine obere Grenze oder eine untere Grenze des E-Modul ergibt. Parallel zum Faserverlauf ist die Steifigkeit größer. Es gilt die Obergrenze. Senkrecht zum Faserverlauf ist die Steifigkeit am kleinsten. Es gilt die Untergrenze. Reale Bauteile liegen dazwischen. Zudem muss zusätzlich die Grenzflächenfestigkeit zwischen Faser und Matrix berücksichtigt werden. Ebenfalls mit der Vigart'schen Regel lässt sich die Dichte bestimmen. Analog der Mischungsregel gilt, die Dichte des Verbundes ist gleich dem Volumenanteil der Faser mal Dichte der Faser plus 1 minus Volumenanteil der Faser mal Dichte der Matrix. Die Dichte hängt also auch vom Volumenanteil der Komponenten ab und lässt sich über das Mischungsverhältnis einstellen. Wird ein großer Volumenanteil des schwereren Bauteils verwendet, wird das Bauteil bei selben Volumen schwerer. Folglich steigt die Dichte. In der Regel ist die Matrix der schwerere Bestandteil. Zusammenfassung Werkstoffkennwerte von Faserverbundwerkstoffen wie Dichte und E-Modul können mit der Vigart'schen Regel berechnet werden. Je nach Belastungsrichtung hat der E-Modul von Faserverbundwerkstoffen eine Ober- und eine Untergrenze. Da die E-Module von Faser und Matrix fix sind, kann der Gesamt-E-Modul des Faserverbundwerkstoffes durch die Änderung der Volumenanteile eingestellt werden. Das gleiche gilt für die Dichte. Dichte Dichte Vielen Dank.